Auf dem Weg zu den Präsidentschaftswahlen 2024 haben sich zahlreiche Prominente öffentlich hinter Donald Trump gestellt. Diese Unterstützer, bekannt für ihre lautstarke Befürwortung von Trumps Politik und Führungsstil, tragen maßgeblich zum dynamischen Diskurs um seine Kandidatur bei. Sie kommen aus verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsindustrie, darunter Musik, Film und Fernsehen, und verdeutlichen die enge Verflechtung von Unterhaltung und Politik. Ihre Unterstützung bietet einen faszinierenden Einblick in das Zusammenspiel von Unterhaltung und politischer Lobbyarbeit. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die bemerkenswerten Persönlichkeiten, die sich hinter Donald Trump stellen, und entdecken Sie die weitergehenden Auswirkungen Ihrer Unterstützung auf die aktuelle politische Landschaft. Nummer 1 Scott Baio Scott Baio hat die Unterhaltungslandschaft durch seine Rollen in mehreren kultigen amerikanischen Fernsehserien nachhaltig geprägt. In den späten 70er Jahren erlangte er als Kachi Arcola in der beliebten Sitcom Happy Days große Bekanntheit. Diese Rolle katapultierte ihn zum Ruhm und ermöglichte ihm, seine Popularität bis in die frühen 80er Jahre mit der Spin-Off-Serie Joanie Loves Catchy zu festigen. Baio setzte seine erfolgreiche Fernsehkarriere mit der Hauptrolle in der Sitcom Charles in Charge von 1984 bis 1990 fort, in der er den charmanten College-Studenten und Hausmeister Charles spielte. Zahlreiche weitere Auftritte in Filmen und Fernsehsendungen festigten seinen Status als bedeutende Figur der Fernsehgeschichte. Politisch gesehen ist Scott Baio ein offener Anhänger der republikanischen Partei. Er hat seine konservativen Ansichten deutlich gemacht und sich an politischen Diskussionen beteiligt, was oft im Gegensatz zum überwiegend liberalen Umfeld Hollywood steht. Baios Unterstützung für Donald Trump ist besonders hervorzuheben. Seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2016 ist er ein eifriger Unterstützer, nimmt aktiv an Kundgebungen teil und drückt seine Zustimmung in den sozialen Medien aus. Er hielt sogar eine Rede auf dem Parteitag der Republikaner 2016, in der er Trumps Kandidatur unterstützte und die Notwendigkeit einer starken Führungsrolle betonte, die Trump verkörpere. Baios unerschütterliche Unterstützung für Trump im Laufe der Jahre unterstreicht seine Übereinstimmung mit Trumps Politik und Führungsstil. Sein Engagement für Trumps Kampagnen und politische Ideale zeigt sein tiefes Interesse an politischen Angelegenheiten und bietet eine einzigartige Dimension seiner öffentlichen Persona, die seine Unterhaltungskarriere ergänzt. Nummer 2 Kid Rock Mit bürgerlichem Namen Robert James Ritchie ist ein amerikanischer Musiker, der für seine einzigartige Mischung aus Rock, Hip-Hop und Country bekannt ist. Mit seinem 1998 erschienenen Album Devil Without a Cause, das Hits wie Bavidaba und Cowboy enthält, trat er ins Rampenlicht. Dieses Album etablierte ihn als vielseitigen Künstler, der mühelos mehrere Musikstile vereint. Sein 2007 erschienenes Album Rock'n'Roll Jesus landete auf Platz 1 der Billboard 200 und festigte seinen Status in der Musikindustrie weiter. Neben seiner musikalischen Karriere engagiert sich Kid Rock in verschiedenen wohltätigen Projekten und er gründet andere geschäftliche Unternehmungen, darunter die Gründung einer eigenen Biermarke. Politisch hat Kid Rock durch seine offene Unterstützung republikanischer Kandidaten und konservativer Anliegen Aufmerksamkeit erregt. Er legt seine politischen Ansichten offen dar und integriert sie oft in seine Musik und öffentlichen Auftritte. Besonders bemerkenswert ist seine Unterstützung von Donald Trump, den er bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 unterstützte und dessen Führung und Politik er häufig lobte. Kid Rocks Unterstützung zeigt sich in öffentlichen Erklärungen und Auftritten bei Veranstaltungen mit Trump-Bezug. Seine politische Übereinstimmung mit Trump wird auch durch seine Teilnahme an politischen Veranstaltungen und seine aktive Präsenz in den sozialen Medien deutlich. Wo er seine Ansichten teilt und Trumps Agenten unterstützt. Dieses politische Engagement ist ein wesentlicher Aspekt von Kid Rocks öffentliche Identität. Nummer 3 James Woods James Woods ist ein hoch angesehener amerikanischer Schauspieler, dessen Karriere sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und der durch intensive und fesselnde Darbietungen sowohl Kritiker als auch eine treue Fangemeinde beeindruckt hat. Bekannt für seine scharfe Intelligenz und starke Präsenz hat Woods seine Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Rollen bewiesen. Seine herausragenden Leistungen in Filmen wie Salvador und Ghost of Mississippi brachten ihm Nominierungen für den Academy Award ein und festigten seinen Ruf als talentierter und dynamischer Schauspieler. Während seiner gesamten Karriere war Woods sowohl im Kino als auch im Fernsehen eine prominente Figur, die immer wieder starke Darstellungen komplexer Charaktere lieferte. Politisch ist James Woods für seine unverblümten, konservativen Ansichten bekannt. Seine Haltung hat oft Kontroversen und Debatten ausgelöst, insbesondere in der überwiegend liberalen Hollywood-Gemeinde. Woods ist ein besonders lautstarker Befürworter von Donald Trump und nutzt seine Social-Media-Plattformen, um Trumps Politik und Führung zu unterstützen. Er hat Trump für seine Regierungsführung und politischen Entscheidungen gelobt und sich eng an Trumps Agenda angelehnt. Woods' Präsenz in den sozialen Medien ist geprägt von starker Befürwortung von Trumps Handlungen und scharfer Kritik an seinen Gegnern. Dies zeigt sein tiefes Engagement für die politischen und sozialen Veränderungen, für die Trump seiner Meinung nach steht. Durch seine leidenschaftliche Unterstützung ist Woods zu einem der prominentesten Fürsprecher von Trump geworden und nutzt seinen Einfluss, um konservative Ideologien zu diskutieren und zu fördern. Seine Unterstützung für Trump unterstreicht seinen Glauben an die Richtung, die er für das Land als notwendig betrachtet. Nummer 4 Roseanne Barr Roseanne Barr ist eine Komikerin und Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der bahnbrechenden TV-Sitcom Roseanne bekannt wurde. Die Serie lief von 1988 bis 1997 und kehrte 2018 kurzzeitig zurück, bevor sie aufgrund kontroverser Tweets von Barr abgesetzt wurde und in The Corners umbenannt wurde. Die ursprüngliche Serie wurde für ihre realistische Darstellung einer amerikanischen Arbeiterfamilie gelobt und brachte Barr an den Golden Globe Award als beste Schauspielerin ein. Ihr direkter und oft schroffer Humor war ein Markenzeichen der Serie, die sie auch produzierte und für die sie Drehbücher schrieb. Dieser Stil trug wesentlich zum Erfolg der Serie bei und half, soziale Themen anzusprechen. Politisch war Roseanne Barr schon immer eine polarisierende Figur, bekannt für ihre unverblümten Kommentare. 2012 kandidierte sie als Präsidentschaftskandidatin der Peace and Freedom Party und setzte sich für die Legalisierung von Marihuana und die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Damit zeigte sie ihre Bereitschaft, sich aktiv in den politischen Diskurs einzumischen. Roseanne hat Donald Trump öffentlich und leidenschaftlich unterstützt. Sie lobte seine Wirtschaftspolitik und seinen Führungsstil und identifizierte sich mit seiner Vision für Amerika. Ihre Unterstützung für Trump spiegelte sich auch in der wiederbelebten Sitcom wieder, in der ihre Figur ein Trump-Anhänger war. Diese Entscheidung traf sie bewusst, um die politische Vielfalt des Landes darzustellen. Roseanns politische Äußerungen, insbesondere ihre Tweets, führten oft zu Kontroversen und spiegeln ihren kämpferischen Stil sowie ihre Unterstützung für Trumps direkten Ansatz in Politik und Verwaltung wieder. Diese Übereinstimmung mit Trump ist in den letzten Jahren ein zentraler Aspekt ihrer öffentlichen Persona geworden. Nummer 5 Brad Favre Brad Favre Ein Synonym für American Football ist bekannt für seine glanzvolle Karriere als einer der größten Quarterbacks in der Geschichte der NFL. Besonders berühmt wurde er durch seine Zeit bei den Green Bay Packers, mit denen er den Superbowl gewann. Die Höhepunkte seiner Karriere sind zahlreich. Er war dreimaliger MVP, nahm an elf Pro Bowls teil und hielt den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele eines NFL Quarterbacks mit 297 Partien. Vorauf ging mit mehreren NFL-Rekorden in den Ruhestand, darunter die meisten Touchdown-Pässe und die meisten Passing Yards seiner Karriere. Politisch ist Brad Favre eher konservativ eingestellt, äußert sich jedoch nicht so lautstark wie andere Sportler. Seine Kommentare zu politischen Themen waren meist zurückhaltend und konzentrierten sich auf allgemeine Themen wie Patriotismus und die Unterstützung für das Militär. Favres Unterstützung für Donald Trump wurde während des Wahlzyklus 2020 deutlich, als er Trump öffentlich unterstützte und dessen Politik und Führungsstil lobte. In einem Tweet betonte er, dass Trump sich für das einsetzt, was er für richtig hält und für die Freiheiten kämpft, die Favre als bedroht ansieht. Er lobte Trumps Ansatz zur Wahrung amerikanische Ideale und Werte und unterstützte dessen politische Agenda und Ansichten zu nationalen Themen. Favres Unterstützung für Trump zeigte sich eher durch öffentliche Erklärungen als durch aktiven Wahlkampf, was auf eine eher zurückhaltende Herangehensweise an politisches Engagement hinweist. Nummer 6 Kelsey Grammar Kelsey Grammar ist vor allem durch seine herausragende Fernsehkarriere bekannt, insbesondere durch seine Rolle als Dr. Frasier Crane in Cheers und dem Spin-off Frasier. Für seine Darstellung in Frasier wurde er mit vier Primetime Emmy Awards als herausragender Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie ausgezeichnet und stellte damit einen Rekord für die meisten Auszeichnungen in dieser Kategorie auf. Grammars Darstellung des kultivierten und manchmal selbstgefälligen Psychiaters machte ihn zu einem der beliebtesten Charaktere im Fernsehen und trug zum langen Haltenden Erfolg der Serie bei. Politisch gesehen ist Kelsey Grammar ein ausgesprochener, konservativer in Hollywood, was in einer eher liberal eingestellten Branche selten ist. Seine politischen Ansichten hat er oft in Interviews und öffentlichen Auftritten dargelegt, wobei er seine Unterstützung für eine kleinere Regierung und konservativere Wirtschaftspolitik betonte. Grammar hat Donald Trump stets unterstützt und erklärt, dass er mit vielen von Trumps Politiken und seinem Führungsstil übereinstimmt. Er hat öffentlich seine Unterstützung für Trumps Regierung geäußert und dabei insbesondere die Wirtschaftspolitik und den Kurs der Regierung gelobt. In Interviews hob Grammar Trumps Bemühungen um die Wirtschaft und die Regulierungsreformen hervor, die seiner Meinung nach positive Auswirkungen auf amerikanische Unternehmen und Arbeitnehmer haben. In öffentlichen Entleerungen und Auftritten betonte er seine Unterstützung für Trumps Wiederwahl und die Vorteile, die er unter Trumps Regierung sieht. Nummer 7 Ted Nuggant Ted Nuggant ist ein Rockmusiker, der für sein energiegeladenes Gitarrenspiel und seine Hits aus den 70er Jahren wie Cat Scratch Fever und Stranglehold bekannt ist. Diese Titel haben seinen Platz in der Geschichte der Rockmusik gefestigt und das Hardrock-Genre mit ihren intensiven Gitarrenriffs und ihrem temperamentvollen Gesang geprägt. Nuggins Musikkarriere umfasst Auftritte bei den M-Boy Dukes, einer Band, der in den 60er Jahren beitrat, und seine anschließende erfolgreiche Solokarriere. Im Laufe der Jahre blieb er eine wichtige Figur in der Musikindustrie, die nicht nur für seine musikalischen Talente, sondern auch für seine energiegeladenen Live-Auftritte bekannt ist. Politisch ist Ted Nuggant für seine unverblümten konservativen Ansichten und sein entschiedenes Eintreten für das Jagd- und Waffenrecht bekannt. Er war Vorstandsmitglied der National Ruffers Association und ein lautstark Unterstützer konservativer politischer Anliegen, was ihn zu einer polarisierenden Figur in Diskussionen über Waffengesetze und Naturschutz macht. Nuggets Unterstützung für Donald Trump war deutlich und lautstark. Er lobte Trumps Führungsqualitäten und politische Strategien, die sich eng mit Trumps Politik decken, insbesondere in Bezug auf Waffenrechte und konservative Regierungsführung. Nuggen trat bei zahlreichen Kundgebungen und Veranstaltungen zur Unterstützung Trumps auf und hielt dabei oft Reden oder Auftritte, um die Wähler zu mobilisieren. Seine Unterstützung brachte er häufig durch große Medienauftritte und auf seinen persönlichen Social Media Plattformen zum Ausdruck. Nummer 8 Jason Aldean Jason Aldean ist eine gefeierte Persönlichkeit der Countrymusik, bekannt für die Verbindung von traditionellem Country mit Rock-Einflüssen. Diese Mischung brachte ihm viel Anerkennung und eine breite Fangemeinde ein. Bekannt wurde er 2005 mit seinem selbst betitelten Debütalbum, doch erst sein 2010 erschienen ins Album My Kind of Party mit Hits wie Dirt Rod Anthem und Don't You Wanna Stay katapultierte ihn an die Spitze der Countrymusik-Szene. Seitdem hat Aldean zahlreiche Preise erhalten, darunter mehrere Auszeichnungen der Academy of Country Music und der Country Music Association. Er ist bekannt für seine energiegeladenen Live-Auftritte, die ein großes Publikum in den USA begeistern. Auch wenn er seine politischen Ansichten nicht übermäßig verkündet, wurde Jasons Unterstützung für konservative Anliegen und Persönlichkeiten in verschiedenen öffentlichen Auftritten und Erklärungen deutlich. Seine Musik und sein öffentliches Auftreten finden bei vielen in der Countrymusik-Gemeinde, in der konservative Werke stark vertreten sind, Anklang. Jasons Unterstützung von Donald Trump war im Vergleich zu einigen anderen Prominenten relativ zurückhaltend und konzentrierte sich eher auf persönliche Bewunderung als auf aktive Wahlwerbung. In Interviews hat er sich positiv über Trump geäußert und dessen Geradlinigkeit und Führungsstil als Aspekte genannt, die er respektiert. Nummer 9 John Voight John Voight ist eine herausragende Persönlichkeit in Hollywood und wird für seine beeindruckenden Auftritte verehrt, die das Publikum über Generationen hinweg begeistert haben. Seine Durchbruchrolle im Film Asphalt Cowboy aus dem Jahre 1969, für die er einen Oscar als bester Schauspieler erhielt, katapultierte ihn zum Star. Voights glanzvolle Karriere umfasst eine Reihe denkwürdiger Auftritte. In Filmen wie Beim Sterben ist jeder der Erste, Coming Home und Express in die Hölle, die seinen Status als vielseitiger und begabter Schauspieler unterstreichen. In jeder Rolle hat er seine bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, unterschiedliche Charaktere zu verkörpern und fesselnden Geschichten Leben einzuhauchen, was ihm breite Anerkennung einbrachte. Politisch ist John Voight einer der entschiedensten Konservativen in Hollywood. Ohne Scheu seine Meinung zu nationalen Themen zu äußern, hat er sich stets den Idealen der Republikaner angeschlossen, was ihn zu einer Seltenheit in einer Branche macht, die für ihre liberalen Tendenzen bekannt ist. Voights Aktivismus geht über bloße Rhetorik hinaus. Er hat aktiv konservative Anliegen und Kandidaten unterstützt und sich mutig für seine Überzeugungen eingesetzt, auch in einem Umfeld, in dem abweichende Stimmen oft marginalisiert werden. Seine unerschütterliche Unterstützung für Donald Trump zeigt sich in seinen enthusiastischen öffentlichen Befürwortungen und leidenschaftlichen Posts in den sozialen Medien, in denen er Trumps Führungsqualitäten und Politik mit Inbrunst lobt. Voight zieht Parallelen zwischen Trump und historischen Persönlichkeiten und preist den transformativen Einfluss des Präsidenten auf die Nation. Durch seine Befürwortung versucht Voight das voranzutreiben, was er als vorteilhafte Politik für die Vereinigten Staaten und ihre Bürger ansieht und zementiert so sein Vermächtnis als überzeugter Patriot und Verteidiger amerikanischer Werte. Nummer 10 Kanye West Kanye West jetzt bekannt als Yay ist eine globale Ikone, deren Einfluss weit über Musik, Mode und Kultur hinausgeht. Seine Karriere begann als bahnbrechender Produzent für Rockefeller Records, wo er mit seinem unverwechselbaren Sampling-Stil beeindruckte. Sein Debütalbum The College Dropout war ein kritischer und kommerzieller Triumph und katapultierte ihn an die Spitze der Musikindustrie. Nachfolgende Alben wie Late Registration, Graduation und das bahnbrechende My Beautiful Dark Twisted Fantasy setzten neue Maßstäbe in der Musik und brachten ihm 21 Grammys sowie zahlreiche Auszeichnungen ein. Neben der Musik machte sich Yay auch in der Modewelt einen Namen, insbesondere mit seiner innovativen Marke Yeezy. Politisch gesehen ist Yay eine polarisierende Figur, die mit rätselhaften Kommentaren und Aktionen immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Sein kurzer Vorstoß in die Politik im Jahre 2020, als er unter dem Banner der Birthday Party für das Präsidentenamt kandidierte, zeigte seine unkonventionelle Herangehensweise. Yays Verbindung zu Donald Trump entwickelte sich zu einer komplexen und öffentlichen Angelegenheit. Seine anfängliche Unterstützung für Trump symbolisiert durch das Tragen einer Make America Great Again Kappe und einem bemerkenswerten Besuch im Oval Office im Jahre 2018 beruhte auf seiner Bewunderung für Trumps unkonventionellen Führungsstil und seiner Außenseiterrolle. Diese Verbindung wurde jedoch belastet, als Yay seine eigene Präsidentschaftsambitionen verfolgte und Trump während seiner Kampagne offen kritisierte. Trotz dieser Spannungen bleibt ein gewisser Respekt bestehen, da Yay Trump als Schlüsselfigur seines politischen Erwachens darstellt. Seine Haltung stimmt zeitweise mit einigen von Trumps Politiken und Ideologien überein, was ein nuanciertes und manchmal widersprüchliches politisches Engagement zeigt. Yays komplizierte Beziehung zu Trump spiegelt seine breitere Herangehensweise an das öffentliche Leben wieder. Gekennzeichnet durch Unberechenbarkeit, Einfluss und eine dauerhafte Präsenz im Rampenlicht. Nummer 11 Dennis Quaid Dennis Quaid ist ein bekannter Schauspieler, dessen Vielseitigkeit ihm ermöglicht hat, in einer Vielzahl von Filmgenres erfolgreich zu sein. Ob Drama, Komödie, Science Fiction oder Action, Quaid beherrscht sie alle. In den 80er Jahren wurde er mit rollenden Filmen wie Der Stoff, aus dem die Helden sind und Great Balls of Fire berühmt. Seine Karriere blühte weiter auf mit bemerkenswerten Auftritten in Ein Zwilling Komm Selten Allein, Frequency und The Rookie. In diesen Filmen bewies er seine Fähigkeit, komplexe Charaktere darzustellen und das Publikum zu fesseln. Neben seiner erfolgreichen Filmkarriere hat Quaid auch im Fernsehen brilliert und für seine Rollen in verschiedenen Serien viel Anerkennung erhalten. Politisch hält sich Quaid meist zurück und konzentriert sich eher auf seine Schauspielkarriere als auf öffentliches politisches Engagement. Doch gelegentlich äußert er sich zu bestimmten Themen und Kandidaten. Während der Covid-19-Pandemie zeigte sich Quaids Unterstützung für Donald Trump besonders deutlich. Er lobte Trumps Umgang mit der Krise und bezeichnete die Maßnahmen des Präsidenten als proaktiv und nützlich. In einem Interview hob er die in der Anfangsphase der Pandemie verhängten Reiseverbote hervor, die seiner Meinung nach die Ausbreitung des Virus wirksam eindämmten. Diese Unterstützung war Teil einer breiteren Bekundung in einer Zeit, in der Trumps Reaktion auf die Pandemie ein zentrales Thema in der amerikanischen Politik war. Quaid bleibt eine beeindruckende Persönlichkeit in der Unterhaltungsbranche und ein Beispiel für Vielseitigkeit und Engagement sowohl in seiner Karriere als auch in seinen gelegentlichen politischen Äußerungen. Nummer 12 Christy Swanson Christy Swanson erlangte vor allem durch ihre Rolle als Buffy Summers im Film Buffy der Vampirkiller von 1992 Bekanntheit, bevor die Geschichte erfolgreich als Fernsehserie adaptiert wurde. Diese Rolle machte sie zu einer Ikone der Popkultur, obwohl sie bereits seit den frühen 80er Jahren in Filmen zu sehen war. Swans Schauspielerkarriere ist geprägt von einer Vielzahl von Rollen in Film und Fernsehen, die ihre Vielseitigkeit in Genres wie Komödie, Drama und Action unterstreichen. Zu ihren weiteren bemerkenswerten Arbeiten gehören Blumen der Nacht und der Fluch sowie unvergessliche Gastauftritte in der Fernsehserie Psyc. In politischer Hinsicht hat sie ihre konservativen Ansichten deutlich gemacht, insbesondere in Hollywood, wo solche Haltungen oft herausstechen. Ihre Präsenz in den sozialen Medien ist reich in Kommentaren zu aktuellen Ereignissen und politischen Themen, was ihr aktives Engagement für konservative Politik widerspiegelt. Swanson hat Donald Trump öffentlich und enthusiastisch unterstützt. Sie nutzte ihre Plattform in den sozialen Medien, um Trumps Politik und Führung zu verteidigen, insbesondere seine Wirtschafts- und Sicherheitsmaßnahmen zu loben. Swanson nahm auch an verschiedenen Veranstaltungen und Initiativen zur Unterstützung von Trumps Wahlkampf teil und betonte damit ihr Engagement für seine Präsidentschaftskandidatur. Ihre Unterstützung zeigte sich in öffentlichen Erklärungen und Auftritten, die sie eng mit Trumps politischer Bewegung verknüpften. Nummer 13 Kevin Sorbo Kevin Sorbo ist vor allem für seine Rollen in Fernsehserien bekannt, die Action und Mythologie verbinden, insbesondere als Titelheld in Herkules, die legendären Abenteuer. Diese Serie, die in den 90er Jahren ausgestrahlt wurde, war damals eine der erfolgreichsten und machte Sorbo zu einer Ikone der Popkultur. Nach seinem Erfolg als Herkules spielte er die Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie Andromeda als Captain Dylan Hunt, was sein Repertoire und seine Fangemeinde weiter ausbaute. Neben seiner Fernsehkarriere wirkte er auch in verschiedenen Filmen mit und war an mehreren religiösen und konservativen Produktionen beteiligt, die seine persönlichen Überzeugungen und Interessen widerspiegeln. Politisch äußert er sich offen zu seinen konservativen Ansichten und diskutiert offen über Themen wie Redefreiheit, Religion und konservative Politik. Seine Haltung hat ihn zu einer prominenten Figur in den Diskussionen über die politische Landschaft Hollywoods gemacht, insbesondere was die Vertretung konservativer Stimmen in der Unterhaltungsbranche betrifft. Sorbos Unterstützung von Donald Trump wurde durch seine öffentlichen Äußerungen und seine Beiträge in den sozialen Medien deutlich, in denen er Trumps Führung und Politik lobte. Er würdigte Trump für seinen Führungsstil und seine Bemühungen um die Erhaltung dessen, was Sorbo als zentrale amerikanische Werte wie Patriotismus und wirtschaftliche Freiheit betrachtet. Er hat seine Unterstützung lautstark zum Ausdruck gebracht, indem er häufig die Darstellung von Trump in den Medien kritisierte und die Erfolge von Trumps Regierung hervorhob, die er als solche wahrnimmt. Seine Unterstützung für Trump steht im Einklang mit seinen allgemeinen politischen Ansichten, die sich für konservative Grundsätze und eine konservative Regierungsführung einsetzen. Sorbo ist sogar der Meinung, dass es religiöse Gründe gibt, für Trump zu stimmen. Nummer 14 Randy Quaid Randy Quaid ist ein Schauspieler, der für seine vielseitigen Rollen sowohl in ernsten Dramen als auch in heiteren Komödien bekannt ist. Berühmt wurde er durch seine Auftritte in einer Reihe von Filmen von den 70ern bis zu den 90ern. Beifall erhielt er für seine Rolle in das letzte Detail, was ihm eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller einbrachte. Am bekanntesten ist er vielleicht für seine komödiantische Darstellung als Cousin Eddie in der Serie National Lampins Vacation, die nach wie vor eine beliebte Figur im amerikanischen Kino ist. Politisch hat er sich besonders lautstark und kontrovers geäußert, vor allem in den sozialen Medien. Seine Äußerungen spiegeln oft ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Hollywood-Establishment und politischen Persönlichkeiten wider. Seine Unterstützung für Donald Trump wurde besonders auf seinem Twitter-Account deutlich, wo er viele von Trumps Politiken und Aktionen nachdrücklich unterstützte. Dabei lobte er Trumps Führungsqualitäten und kritisierte seine Gegner, während er sich mit Trumps Ansichten und der allgemeinen Agenda seiner Regierung verbunden fühlte. Nummer 15 Lil Pump Lil Pump Ursprünglich als Gersi Garcia geboren ist ein Rapper und Songschreiber, der für seine lebhafte Persönlichkeit und sein kontroverses Auftreten bekannt ist und sowohl die Hip-Hop-Szene als auch darüber hinaus in seinen Band zieht. Sein Aufstieg zum Star begann im Jahre 2017 mit dem Hit Gucci Gang, einem viralen Phänomen, das bis auf Platz 3 der Billboard Hot 100 kletterte. Dieser Triumph katapultierte seine Karriere und gipfelte in der Veröffentlichung seines gleichnamigen Debütalbums, das sie großen Anklang fand. Lil Pump ist bekannt für seinen charakteristischen Mumble-Rap-Stil und sein extravagantes Auftreten. Seine Zusammenarbeit mit angesehenen Künstlern festigt seinen Status als polarisierende Figur in der Musikindustrie. In der Politik hält sich Lil Pump relativ bedeckt, bis auf ein bemerkenswertes Ereignis während der US-Präsidentschaftswahlen 2020, als er sich hinter Trump stellte. Seine Unterstützung sorgte für Schlagzeilen, vor allem durch seinen Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump, bei der er vom Präsidenten persönlich vorgestellt wurde. Auf der Kundgebung bekundete Lil Pump seine Treue zu Trump und begründete dies mit seinen Befürchtungen hinsichtlich der Steuervorschläge der politischen Konkurrenz, die er als nachteilig für seine finanziellen Interessen ansah. Welcher dieser Prominenten, die Donald Trump unterstützen, überraschen sie am meisten. Würden sie sich an ihrer Stelle auf die Seite von Trump oder Biden stellen. Teilen sie uns gerne ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Vielen Dank für das Anschauen unserer Videos. Wenn sie weitere Videos über Prominente mögen, abonnieren sie jetzt bitte unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.